hallo und herzlich willkommen zur heutigen news ja was gibt es neues implantate gibt es neues ja erschreckt euch nicht über ein stimmchen ihr hört ich bin noch ein bisschen angeschlagen deswegen ist samstag auch das interaktiv ausgefallen aber da kann man halt nichts machen irgendwann mich auch mal krank ja und dann geht halt nichts so was haben wir denn für implantate implantate könnt ihr um wenn ich einfach noch mal an die kiste ran und zwar hier unten für die noch nicht gesehen haben werden ja viele von euch schon gesehen haben habt ihr jetzt einen neuen platz im inventar da ist das implantat so und da gibt es eigentlich verschiedene zum beispiel gibt es ein implantat verbesserte zielerfassung zeigt eine gesundheitsleiste im hub wenn ihr auf eine rechnische ja ganz langsam also zeigt eine gesundheitsleiste im hat wenn auf einen gesichteten feind gezielt wird also da gibt es schon mal ergibt sichere landung das ist hier sichere landung zwei normalen fall ab 90 meter ist natürlich und jeder senkt halt euren fall schaden regeneration ja ich habe zwei stück davon regeln ihre sekunde vier prozent gesundheit nicht von der max einheit ja und ja die implantate sind schon ganz hilfreich je nachdem welches ihr drin habt könnt ihr natürlich verschiedene benutzen hier reduziert durch explosionen verursachen verwackeln der kamera der infanterie oder das zucken wenn ihr vom feuer getroffen werdet ja auch sehr praktisch und dann gibt es noch hier im platte luftanhalten erhöht die dauer luftanhalten um 25 prozent für nicht max anheiten ja ich sehe für dieses luftanhalten noch keine große verwendung das riecht ja sehr danach dass wir das im wasser verwenden können klar dazu sollten wir sonst luftanhalten ab und zu kommt noch mal durch ja und jetzt gucken wir mal wir kaufen einfach noch mal fünf implantate was kostet die welt 200 gummipunkte ist ja ein fliegend schiss doch mal fünf pack jawohl gleich sind ja ein paar neue dabei und sind aha seht ihr habt ein geschenk gehalten wo ist denn mein geschenk bitte ja arten anhalten 2 habe ich jetzt sichere landung 2 sicheres landen 1 atmen erhalten 1 und kampf gestaltet also es gibt wohl verkaufen noch welche kommen wir hier ich kaufe meinen ganzen sack voll von den dingern abgeben wir noch fünf her sagen wir mal was noch alles dabei ist nein haben wir nicht sind anscheinend fünf verschiedene insgesamt halt noch auf verschiedenen stufen regen hat atmen erhalten zwei stufen kampf gestalt regeneration sicheres landen und verbesserte zielerfassung natürlich habe ich ganz viel von sichere landung jetzt hier kriegt macht beschnitt so unbedingt froh ehrliche sagt da hätte ich lieber renegration oder verbesserte zielerfassung ich kaufe einfach noch mal ein eimer voll mehr scheiß egal zack ist das dann ist was neu ist sein sehr aha ein eod hat 1 zeigt sämtliche feindliche sprengstoffe umkreis von zehn metern ort das ist natürlich auch nicht schlecht geht mir öfters mal auf die nerven wenn ich irgendwo rein renne und mal wieder um die ecke klebt so eine mine ja seht ihr da könnt ihr ohne ohne groß was zu tun jede menge punkte raushauen kommt einer geht noch da habe ich ja ich viele verschiedene bekommen wenigstens ein edu hat zwei herzlichen lücken deshalb geschenkern ja wo sind meine geschenke ich hätte gerne meine geschenke ja prima so jetzt haben wir tausend implantate wo ist mein geschenk hat da mich ehrlich gesagt bin ich jetzt auch großartig du bist zu faul zum suchen ich fühle mich auch noch nicht so super ich wollte mich nun mal wieder melden er denkt beim helm kommt zurzeit gar kein video ich war echt platt ja und nächsten sonntag gibt es natürlich wieder interaktiv so neues zu sehen weiß ich noch nicht wir hoffen mal dass sich sony an seinen termin hält natürlich hoffen wir das und wenn das soweit ist dann kommt auch der neue termin für unser event ja bis dahin wünsche ich euch noch viel spaß und ich mir selbst gute besserung okay in diesem sinne bis zum nächsten mal mal gucken vielleicht schiebe ich auch ein zwei videos jetzt hier ein da ja kein interaktiv da ist aber erst wenn ich mich so ein bisschen noch ein bisschen besser fühle gehört ja wird schon nicht so ganz normal ja in diesem sinne leute viel spaß noch bis sonntag habe die ehre tschüss